Moin, hallo und willkommen zurück zu MyTimeatPorsche. So, ich guck mal, ich hoffe ich hab die Sachen jetzt fertig. Dann kann ich nämlich die Sachen jetzt endlich abgeben und dann noch ein bisschen Knete kriegen, um dann hoffentlich endlich die Montage-Station mal zu automatisieren, damit das alles ein bisschen einfacher ist. Ähm, da ist ein bisschen was fertig geworden. Wir gucken mal, nehmen wir alles mit. Ich hoffe ich kann den Motor jetzt noch fertig machen hier. Hier, dass ich das einbauen kann. Stahlplatten hier. Lager, ähm, da. Okay, hab ich geschafft. Endlich. Endlich, endlich. So, dann könnte ich die nämlich abgeben. Und die anderen Sachen, die ich noch brauche, muss ich noch produzieren. Hi, Ak. Ah, ich hab das nicht leer gemacht hier, ne? So, Dok, Dok, Suu, Waikera, ein paar Kräutertees, alles klar, dankeschön. So, jetzt ganz schnell zu Antoine den abgeben. Und mir dann schnell einen neuen Auftrag hoch. Ah, nee, geht heute gar nicht. Ist Antoine denn da? Kann ich den dann wenigstens abgeben? Doch, müsste er eigentlich. Hi Antoine. Bitte schön. Das ging schnell. Welch ein effizienter Handwerker. Ne, so schnell war es leider nicht. Ich hätte gerne noch einen Auftrag, aber leider geht's nicht. Okay. So, jetzt muss ich mal gucken. Stahlplatten brauche ich ja ein bisschen mehr als gedacht, ne? Ich habe vier von zehn. Fortschrittliches, äh, fortgeschrittenes Verbundbrett. Da brauche ich bestimmt noch mehr, fürchte ich. Holzsäulen müsste ich fertig kriegen. Muss ich mal schauen. Da muss ich nochmal materialbesorgen, fürchte ich, ne? Das ist wieder fertig hier. Ich habe jetzt sieben von Dingens, ähm, Holzsäulen. Fehlt mir Baumwolle, die kann ich besorgen. Das ist kein Problem. Komm, wir retten nochmal los, Spearer. Das nehme ich nochmal mit. Und wir reiten nochmal los. Wee. Wie geht's? Ich habe dich genau gesehen. So. Ich brauche Baumwolle. Ich muss ja mal gucken, Baumwolle kann ich eigentlich selber anbauen, ne? Das wollte ich jetzt nicht vorlegen. Bekleidungsgeschäft. Ähm, Baumwolle, hier. Alles kaufen. Baumwolle ist ausverkauft. Okay. So, dann wieder zurück. Das wird ja wahrscheinlich nicht reichen, zehn Baumwolle. Ich brauche wahrscheinlich noch mehr. Fürchte ich, bin mir nicht sicher. Schauen wir mal. So, Ryder ist auch wieder da. So, Spearer, du bleibst mal hier. Ich muss mal gerade gucken. Du könntest ein bisschen trainieren noch. Was kannst du noch trainieren? Springen trainieren. Okay, Sprungtraining. Bist du jetzt am Trainieren? Doch. Du bist am Trainieren. Okay. Dann trainieren wir mal ein bisschen üben. Äh, üben mal ein bisschen. Okay. Okay. Das sieht sehr seltsam aus, aber okay. Lara, Lara, Lara. Ja, ich habe das genau gesehen. So, wir müssen hier bei Beute. Das ist da. Mein Inventar ist schon wieder so zugemüllt. Das gibt es gar nicht. Ähm. Dü, 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 dü. Ich brauche... Warte mal, wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich? 4.900... Äh, ne, 49.997. Das heißt, wenn ich das Ding jetzt noch verkaufe, kriege ich noch ein bisschen was zusammen. Okay. Jetzt räume ich mal gerade, mein Inventar noch leer. Das ist nämlich hier in der Katastrophe gerade. So, das kommt weg. Das kommt weg. 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 Ähm... Was kommt noch weg? Das muss noch weg. Der Rest kommt bei Hergestellt Produkte und sonst irgendwo rein. Ich weiß noch nicht genau, wo rein. Muss ich mal schauen. Das Buch muss ich da mal reintun, weil ich jetzt nicht genau weiß, was das ist. Das Tigerauge ist, äh... Der wertvollste aller in Sandfels produzierten Edelsteine. Okay, dann lassen wir den mal hier. Ähm... Da habe ich noch mehr Erze gesehen gerade. Da. Okay, dann kommt der Rest. Mach's gut, Ack. Der Rest kommt hier wieder rein. Das geht nicht. Das geht noch. Wo habe ich denn die, äh... Die hier hingepackt? Weiß ich gar nicht. Zip geht da auch rein. Okay. Der da rein. Wo habe ich die hingepackt? Baumtritt. Wo habe ich die denn hingeschmissen? Weiß ich gar nicht. Na nö. Jetzt habe ich hier Sachen, die da habe ich keine Ahnung mehr. Bei Beute vielleicht? Baumtritt. Ja, doch da. Das kommt da rein. Die Tannenzapfen... Weiß ich nicht. Holzfällen. Das kommt da rein. Achso, die Bombenwolle muss ich da reinschmeißen. Ich stelle mal damit, dass produziert werden kann. Hier, da reingekloppt. Ähm... Die Nüsse bin ich mir jetzt nicht sicher. War nicht hier. Ja. Okay, das Ding kann ich noch verkaufen. Die CDs kommen drüben noch bei Forschung rein. Du meinst, dass es wieder dauert hier. Ich muss da gucken, dass ich das Zeug auch loswerde, damit ich einfach Platz im Elemente habe. Ich mag das nicht so gerne, wenn ich da keinen Platz im Elemente habe. So, dann muss ich jetzt nochmal zurück. Spira ist ja noch am Turnieren. Das heißt, ich werde jetzt nochmal gerade zu Pauly gehen und das Ding einfach bei Pauly verkaufen, würde ich sagen. Und dann könnte ich noch gerade die Stationen fertig machen. Das wäre doch schön. Ich muss nur gucken, dass ich das dann irgendwie nochmal umgerückt kriege. Muss ich das Haus nochmal versetzen wahrscheinlich, oder? Hi Pauly! Ich möchte dir gerne was verkaufen. Hier. Ja. Bitteschön. Ich habe noch was anderes hier. Kannst du das auch gebrauchen? Hier. Mach's gut. So, dann bin ich das Zeug nämlich gleich los. Hab ein bisschen Geld gekriegt. Nicht viel, aber immerhin. Und, ähm, jetzt müsste ich genug zusammen haben, auf jeden Fall, um, ähm, die automatische Station zu bauen. Hi Albert. Das Gute ist, die müssen ja nicht anbieten sein, Herr QQ. Macht ihr Feierabend, oder was? So, ich sehe natürlich wieder nichts. Ich möchte die Montagestation aufwerten. Ne, warte mal. Erstmal muss ich den Arbeitstisch bewegen. Den muss ich, kann ich den, oh je, da hinsetzen erstmal? Ja. Die Kamera, kann ich die drehen? Ja, kann ich. Sehr gut. Die Montagestation, da. Verbessern. Kann ich vom Geld her? Ich brauche einen Baukran allerdings erst und hartes Aluminium. Silikonschipsets habe ich. Also, Baukran muss ich bauen und hartes Aluminium ab, äh, 18. Okay, und was bräuchte ich für das Zuhause? Gestecktes Glas hätte ich, Aluminiumplatten hätte ich nur die Hälfte, Eisenholzidien hätte ich auch nur die Hälfte. Dann wäre ich damit auch schon fertig, ne? Aber ich fürchte, das passt hier nicht hin. Ne, okay, dann, äh, hm. Muss ich erst die Materialien noch besorgen? Das habe ich jetzt vergessen, leider. Das ist ja doof. Ich wollte das Haus bauen, so schön, so, und, äh, geht nicht. Also, 18, hartes, äh, Aluminium. Hartes Aluminium? Doch, hartes Aluminium, oder? Das glaube ich. Gucken wir mal. Wieviel habe ich denn davon auf Lager? Wahrscheinlich nicht genug. Hartes habe ich gar nicht mehr. Gärtetes Glas hätte ich auch nicht genug. Okay. Okay, okay. Ich habe echt alles verbraucht. Krass. Dann muss ich das in Auftrag geben. Also, wir brauchen... Jetzt geht's los. Ähm... Woha, wo finde ich das denn? Schmelzen, hier. Hartes Aluminium. Hinzufügen. Ähm... Wie brauchte ich 18, ne? Machen wir erstmal nur 18, nur das, was wir brauchen. Habe ich schon alles geupgraded? Ja. Okay, dann brauchen wir noch... Okay, dann brauchen wir noch... Ähm... Was war das jetzt noch? Ich habe mich schon echt schon wieder vergessen. Das gibt's doch nicht. Mann, was ist denn los heute? Titanium-Bahn kann ich auch produzieren. Ähm... Schneiden muss ich noch. Schneiden hier. Eisenholzdielen brauche ich definitiv noch mehr. Huff, da kann ich aber nicht so viel machen, ne? Wie viel brauchte ich denn davon jetzt noch? Machen wir mal 10 noch. Ich konnte nichts mehr hinzufügen, weil ich habe alles hinzugefügt. Naja. Aluminiumplatten... Brauchte ich noch welche, glaube ich? Elalo, okay. Mach davon auch nochmal so 20. Da konnte ich auch nichts mehr hinzufügen. Ne, da war alles hinzugefügt, okay. Das war das, was ich, glaube ich, jetzt im Kopf hatte. Hoffe ich zumindest noch. Ich bin mir nicht sicher. Das arbeitet, das wird noch eine ganze Weile dauern. Eine Stunde... Ne, zwei Stunden dauert das, um so ein Ding fertig zu machen. Acht uhr heilige. Ich gucke gerade nochmal nach. Ähm, dann kann ich nochmal gucken, was ich fürs Haus brauche. Dann produziere ich das gleich mit. Silikonchips habe ich. Die habe ich noch. Ähm... Ich will mal Mittagspause, kann das sein? Wenn die nicht da sind? Ich glaube, ja. So, guck mal, was brauchte ich denn für das? Wenn ich das verbessern wollen würde, bräuchte ich Aluminiumplatten 18, Eisenholzdielen 18, gestecktes Glas 9. Okay, das war das, was ich im Kopf hatte. Montanstation war was anderes, ne? Der Baukran, den muss ich bauen. Und gehärtetes Aluminium habe ich in Auftrag gegeben. Achso, der Baukran war das, okay. Dann gucken wir mal nach dem Baukran. Der braucht aber auch wieder Material. Ich glaube, der braucht Rahmen und so einen ganzen Schickimiki da. Das wird wieder spaßig. Wahrscheinlich auch alte Teile, die ich erst wieder finden muss. Also den Baukran brauche ich, die Silikonchips brauche ich und, äh, hartes Aluminium, hartes Aluminium wird produziert. Und, äh, hartes Glas kann ich noch in Auftrag geben. Ähm, gehärtetes Glas. Wo finde ich das denn? Hier, Glas. Gestärktes Glas kann ich nicht produzieren, weil ich keine Härteflaschen habe. Davon brauche ich noch drei. Alles hinzufügen? Ja. So, dann kannst du das hier auch produzieren. Und jetzt muss ich gucken, was ich für den Baukran hier brauche. So. Der Kran. Wo war der denn nochmal? Der war weiter hier hin. Da ist er schon. Bauen. Okay, dann gucken wir mal, ob ich die Fabrik das machen lassen kann, alles. Da. Flaschenzug brauche ich vier. Schmiermittel. Alles hinzufügen? Ja. Äh, Stahlkabel haben wir. Das brauche ich nicht. Stahlrahmen brauche ich noch. Drei Stück. Wir haben keine Schweißstäbe mehr. Ich weiß nur nicht, produziert er die Schweißstäbe oder produziert er die nicht? Flaschenzug. hinzufügen. Ich brauche einen. Alles hinzufügen? Ja. Nicht genügend Lager. Die muss ich auch nochmal in Auftrag geben dann, ne? Das ist jetzt ein bisschen doof. Oder macht er das automatisch? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Produziert er das automatisch oder muss er die Sachen haben? Das weiß ich jetzt nicht. Hier steht drin, er produziert das. Also müsste er eigentlich die Sachen, die dafür benötigt werden, auch produzieren? Hoffe ich zumindest. Ich hoffe es zumindest. Ne, wir lassen den aber mal machen. So, was habe ich denn materialmäßig hier? Falsch. Ähm, da. Das kann ich noch mitnehmen. Sammeln, okay. Stahlplatten fehlen mir noch. Ich habe nur noch zwei Stahlplatten. Ach, die wurden gerade verbraten. Ja, ich brauche noch mehr Stahlplatten. Holzsäulen sind fertig. Verbundbretter sind noch in Arbeit. Sechs Stück. Ich hoffe, die werden noch fertig. Stahlplatten brauche ich eine Menge. Die muss ich aber nochmal herstellen. Hier eigentlich. Stahlplatten. Kann ich Stahlplatten nochmal herstellen? Hier. Kohle ist fast aus. Hinzufügen. Mach mal aus jüngst 0,50. Das wird neben die Reichen, aber wäre natürlich gut, wenn er das macht. Karbonstahl muss er erst herstellen. Ja gut, das macht er dann schon. Hoffentlich. Werden wir sehen. Habe ich jetzt unterm angegeben? Ja, 50 Stück. Stahlplatten brauche ich sowieso immer. Ja, da kann ich jetzt nicht viel machen. Das ist ein bisschen doof. Ich habe eigentlich alles im Inventar, bis auf, ja, Stahlplatten fehlen mir jetzt noch. Mit Eisenholzdielen brauchte ich hier nicht, ne? Bin jetzt gerade im Überlegen. Äh, das kann ich raushauen, glaube ich. Das ist das, was ich brauche. Mehr habe ich hier gerade nicht am Material, ne? Nee. Da habe ich noch genug, äh, Seile. Das holt er sich dann ja, wenn ich das brauche. So. Ja, hm, da kann ich nur warten. Jetzt, was mache ich denn? Jetzt seit heute ist Sonntag. Da geht nicht so viel. Ich könnte mal gucken, wie das aussieht bei euch hier. Ich muss euch wieder düngen. Okay, dann düngen wir noch eine Runde. Oh, du bist schon ja sauer. Das ist nicht so toll. Das möchte ich eigentlich gern vermeiden. Und ihr seid fertig? Ja, sind alle reif. Okay. Erstmal düng ich noch hier, weil du brauchst wieder Dünger. Gerade so nicht genug, ne? Tja. Ein bisschen Gartenpflege muss ja auch mal sein, wenn man gerade nichts zu tun hat. Ja, die Werkstatt werde ich auf jeden Fall nochmal nach vorne setzen, denke ich mal. und da muss ich mal schauen, wie das aussieht. Ich würde sagen, ich werkele hier noch ein bisschen im Garten rum und würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.